Das hier ist Kallstadt, mein Heimatdorf. Kallstadt ist kein Dorf wie jedes andere. Denn aus diesem Haus stammt der Opa von Donald Trump. Genau, der Donald Trump. Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass ich so ein bisschen großmaulisch. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Und aus diesem Haus stammt der Vater von Henry John Heinz. Der hat das berühmteste Ketchup der Welt erfunden. Da sind Sie verwandt. Ja, ehrlich. Also, Blinker links. Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Hoch, ab, hoch, ab. Blinker rechts. Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Es gibt nur in Kallstadt, gibt es Kallschweiner Sauhauer. Nein, also so einfach, ob die Sauhauer ist noch nicht los gehabt. But you know what? I love Kallstadt also. Kuba, geht. Kopp. 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 Kopp, geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020